Klopf, klopf, klopf. Ja, eine Ausgabe vom September. Etwas verspätet, denn ich habe noch eine zweite Dividende erwartet und da habe ich dann gesehen, die kommt etwas später. Zu Ersten, naja, etwas schlecht recherchiert, aber da bin ich jetzt halt mal. Wenn ihr zu ersten Mal hier seid, die anderen wissen es schon, es ist ein Spaßkanal. Ich berichte, wie man hier durch Dividendeneinnahmen sich etwas aufbauen kann, dass man vielleicht irgendwann weniger arbeitet oder ein Zusatzeinkommen hat oder ähnliches wie in meinem Fall. Ich möchte irgendwann aufhören zu arbeiten und zwar bitte vor der 67 Rente, wahrscheinlich 70 und 75 bis ich in Rente komme. Ich bin jetzt 38. Wenn ihr anlegen wollt euer Geld, dann bitte fragt einen Steuerberater, einen Fachmann, eure Bank, denn ich mache hier keine Anlagenberatung. Ich möchte hier einfach mit euch, mit der Community etwas aufbauen, diskutieren über Aktien. Wenn ihr gute Aktien findet, bitte postet es mir unten das rein und ich recherchiere dann und baue die dann in mein Depot mit ein und nennen wir es Schwarmintelligenz. Das hatte ich schon mal so genannt, dass wir alle hier weiterkommen. Was ich generell mache ist Postings sofort löschen, wenn jemand gemein wird, beleidigend oder rassistisch oder ähnliches. Schon alles vorgekommen, aber das soll uns hier nicht stören. Ich möchte heute berichten und zwar, ja, ich freue mich. Wer die anderen Videos gesehen hat, es sind ja jetzt schon 16 Stück. Jeden Monat kommt eins. Ich habe angefangen mit 0 Euro, habe dann 150 Euro gespart. Ging zu dem Zeitpunkt nicht wirklich viel, da ich unter 1000 Euro verdient habe. Mittlerweile habe ich einen Job. Jetzt verdiene ich nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr und ich versuche 300 Euro zu sparen. Das klappt nicht jeden Monat, denn ich bin umgezogen von Deutschland spontan nach Österreich und jetzt habe ich richtige Anlaufschwierigkeiten. Zumindest habe ich jetzt eine Wohnung seit zwei, drei Wochen und das ist doch schon mal was. Ja, wir gehen jetzt mal die Aktien durch, die ich bespart habe und möchte eigentlich gleich sagen, wie viel ich bekommen habe. Ich freue mich richtig, 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 da wir in der letzten Folge, Folge 15, wenn ihr die nicht gesehen habt, unten ist dann der Link, war ich bei 5,91 Euro, also die 6 Euro nicht geknackt und diesmal haben wir nicht nur die 6 Euro geknackt, sondern die 7 Euro. Also wir nähern uns der 10 Euro Marke. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Diese 10 Euro, 10 Euro jetzt sind es ja 7, noch was, nehme ich dann für die nächste Sparrate am 1. und packe die Dividende sofort mit in den Sparfluss mit ein und somit haben wir so eine Art Zinseszinseffekt. Nicht so eine Art, sondern es ist ein Zinseszinseffekt. Wir nehmen die Zinsen immer und packen es drauf, somit erhöhen wir unsere Sparrate, denn ich habe jetzt hier kein Vermögen, wo man 1000 Euro und mehr sparen kann, sondern ich nehme die paar Kröten, die ich zur Seite tun kann und die Zinsen und packe sie dann auf das Türmchen. So, jetzt kommen wir mal. Ich muss nach unten schauen. Irgendwo in meiner Leiste sehen wir die Einnahmen und zwar einmal 46 Cent von Intel, also IBM. IBM ist das, ja. IBM ist jetzt hier so komisch abgekürzt, wo ich jetzt nicht gleich erkannt habe. Wir haben 46 Cent da bekommen. Das heißt, hier nicht irritieren lassen, das ist meine alte Adresse. Da könnt ihr mir gerne ein Paket hinschicken, wenn ihr irgendwas für mich habt, was ihr unbedingt loswerden wollt, dann bin ich da erreichbar. Da wohnt meine Mutti und ja, die nimmt gerne Pakete entgegen. Bitte viel Bargeld reintun, weil dann kann ich gleich aufhören zu arbeiten. Ihr könnt unten ein bisschen meine Geschichte lesen, würde mir sehr helfen. So, 46 Cent hier, das machen wir gleich mal weg. Erledigt und jetzt die zweite und zwar bam, bam, wie sagt der Amerikaner, right in your face. 6,91 Euro. Ich bin sehr zufrieden mit Pfizer. IN ist wahrscheinlich Incorporation oder irgendwas so in der Richtung. Das müsste ich noch recherchieren. Wer jetzt festgestellt hat, hier gibt es immer einen Buchungstag. In der anderen Folge, 15, habe ich berichtet, dass die Dividende von Procter & Gamble fünf Tage später gekommen ist, was für mich nicht nachvollziehbar war. Es war zwar ein Feiertag, ich glaube ein Mittwoch, dann kam Donnerstags nichts, dann Freitag nichts, dann ist klar Samstag, Sonntag nichts, dann glaube ich irgendwann im Laufe des Montags. Ich habe die Spam-Ordner gelandet. Ich habe auch die Bafin angeschrieben. Wer die Bafin nicht kennt, ich werde da einen Bericht schreiben. Ich habe Antworten bekommen, ziemlich schnell und sehr nett, muss ich sagen, an der Stelle. Die wollen das nochmal im Detail sehen, wann, wo, was, wie überwiesen worden ist und so weiter und so fort. Ja, die kontrollieren das, die schauen, dass da kein Schundnuder getrieben wird oder weshalb, weswegen etc. Im Internet habe ich ein bisschen recherchiert, bis zu fünf Tagen ist anscheinend erlaubt in Deutschland. Der Sache gehen wir noch nach und werden das dann nochmal uns angucken. Ich rede wir, weil wir so eine Art Schwammintelligenz sind für den nächsten Monat. So, sei jetzt dahingestellt, ich habe nicht mehr herausgefunden über die Bafin, über die versäumten Dividendenzahlung von Engdiba. Bin nicht böse, ich meine, es sind jetzt hier keine Millionen und ich brauche auch keine Millionen an Rechnungen, aber trotzdem wollen wir der Sache mal nachgehen. Es soll ja alles korrekt ablaufen. So, jetzt schauen wir mal, was ich da unten alles machen kann. Und zwar habe ich euch gezeigt, ich habe den Faden verloren. Ja, gehen wir mal die Aktien durch, die ich jetzt im Depot habe. So, wir haben BP habe ich neu im Depot. Wir schauen uns das hier mal so genau an. Ich habe ein YouTuber hat gesagt, ich hatte beim letzten Video immer das Video hier bei den Basisinformationen. Das war natürlich dann doof für jemanden, der interessiert ist, zu sehen, ob es hier Dividendenrendite gibt, ein KGV und so weiter und so fort. Und jetzt fällt mir gerade spontan etwas ein auf. BP kostet 6,30 Euro, die Aktie. Und sie geben anscheinend 559% raus. Ja, das wollen wir uns jetzt, wollen wir uns jetzt nicht entgehen lassen. Das rechnen wir gleich mal nach. 559,86% also INGDIBA ist super. Ja, ich glaube, das ist ein Fehler von der INGDIBA. Ich kann mir sowas nicht vorstellen. Sagen wir mal 6,30 Euro geteilt durch 100, dann haben wir ja 1%, ja. Jetzt nehme das mal. Ich packe es nicht. 559,86. 559,86. 35 Euro Dividende. Also Leute, ich habe schon 15 Stück. Mal 15 Stück. Ja, wie viel habe ich dann? Habe ich 559? Ich packe es Dividende. Also, ich muss die INGDIBA sofort anschreiben mit den 559% Dividende. Geschätzt. Also, das haben jetzt Experten da so herausgeschätzt, ja. 550%. Ich glaube, ich verkaufe alle Aktien und kaufe mir nur BP-Aktien, ja. Und sagen wir mal 1.000 Stück oder so. Oder 10.000, ich leih mir das Geld. Kein Problem. So. Ich muss mich hier da fangen. Also, das habe ich jetzt gerade spontan gesehen. Und ja, vielleicht werden wir am Ende des Videos mal die INGDIBA anschreiben. Ich habe die BB jetzt im Depot. Wir gehen mal kurz weiter. Ich packe es immer noch nicht. Ich mache den Link hier unten rein. Den könnt ihr euch dann durchlesen. Dann habe ich Cisco im Depot. Jetzt schauen wir uns gleich die Dividendenrendite an. Schade. Cisco habe ich mehrere. Das sind nur 2,96%. Also, das ist dann nicht bisher berauschend, aber habe ich im Depot. General Electric 3,73%. Ja, man sieht hier so eine interessante Kurve, die hier vor der Finanzkrise runterkracht. Dann geht es langsam hoch, runterkracht. Ich habe schon ein Video angefangen über General Electric, warum ich es im Depot habe und als Turnaround-Wette sehe, dass man sagt, die Aktie fängt sich wieder. Nächste Aktie. Ich habe IBM im Depot mit 4, irgendwas Prozent. Dann Pfizer haben wir da gerade besprochen. Steigt und steigt und steigt. 3, irgendwas Prozent. Procter & Gamble gefallen, steigt, gefallen, steigt. 3, irgendwas Prozent. Und neu im Depot habe ich diesen ETF. Und zwar habe ich den rausgefunden, dass dieser ETF speziell ausschüttet. Also er zahlt seine Gewinne aus oder seine Dividende. Und zwar sehr, sehr interessant und zwar monatlich. Ja, monatlich. Ich probiere das aus. Ich habe jetzt nur mal 50 Euro reingespart, um zu sehen, was passiert. Ob das wirklich so ist, ob der monatlich auszahlt oder auch nicht oder hin und her. Ich habe noch nichts bekommen und 50 Euro sind schon mal drin. Der sieht so aus. Ich werde darüber berichten. Wir gehen uns mal in dem Screenshot, den ich gemacht habe, mal durch, was ich jetzt im Depot habe. Ihr könnt das jetzt hier so ein bisschen mitgucken und könnt sehen. Wir fangen mal oben an. BP habe ich jetzt 15 Stück drinnen. Cisco 8, noch was. 63 Stück bei General Electric. Da wäre noch jetzt die 500 Prozent Dividende. Wäre doch mal klasse. So, Intel, IBM ist das und Pfizer 27 Teile. Procter & Gamble 12 Teile. Hier diesen ETF, der unter Fonds geführt wird bei der Engdiba. Liste mit 0,5 Teil. Also ein halbes Teil habe ich bekommen. Und jetzt schauen wir uns das mal Ganze an. Wenn ihr, ich mache mich mal hier weg einfach, stört ein bisschen. Während der letzten Videos zugehört habe, um das Risiko zu minimieren, was ich gesagt hatte, falls es mal eine Finanzkrise gibt, ein Crash etc., wie man es halt nennen mag, dann ist es gut, wenn man viele, viele Aktien aus verschiedenen Branchen hat, um dann nicht einfach in den tiefen Keller zu fallen. Nehmen wir mal an, ich habe 10.000 Euro in eine Aktie und die fällt, dann ist es einfach kacke. Also was ich gern machen will, ist in jeder Aktie 1.000 Euro. Hier sind es 903,35 Euro. Die krummen Zahlen kommen zusammen wegen den Dividenden, die ich dann da mit reingepackt habe. Also hier fehlen noch knapp ein 100 da. Hier ein bisschen mehr, hier ein bisschen, bisschen mehr und hier ein bisschen mehr und hier ein bisschen, 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 bisschen mehr und da ein bisschen, bisschen, bisschen ganz mehr. Dann wären da überall 1.000. Hier fehlen noch 950. Und sobald ich die 1.000 hier voll habe, gehe ich einfach weiter zur nächsten Aktie. Ganz stur einfach zur nächsten Aktie. Mein Ziel ist es, dass ich 20 bis 30 Aktien im Depot habe, um einfach das Risiko zu minimieren für einen Finanzcrash oder ähnliches. Darauf gehe ich da nochmal genauer ein. Aber so im Moment habe ich jetzt 3, 6 Aktien plus einem ETF. Das sind 7 verschiedene Produkte im Depot. Ja, das klingt doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Was können wir noch dazu sagen? Wir sind eigentlich schon durch. Freue mich richtig, dass wir die 7 Euro geknackt haben und würde sagen, lass doch mal einen Kommentar drunter mit den 500% Dividende. Ist da vielleicht ein Anwalt irgendwo da draußen, der mir irgendwie sagen kann, dass die das auszahlen müssen oder würde mich jetzt interessieren. Also ich finde es immer noch lustig. Vielleicht lache ich jetzt im Schlaf noch weiter und träume von den 500% Dividende pro Aktie. 35 Euro waren es, glaube ich, Dividende. Spaß beiseite. Es wird höchstwahrscheinlich nicht stimmen und freue mich auf die nächste Dividende im, was haben wir jetzt, September, Oktober. Und ich werde höchstwahrscheinlich diesen Monat die Ratenzahlung runterschrauben müssen. Ja, wie kommt das zustande? Ich habe im August Urlaub nehmen müssen, weil die Firma geschlossen hat, in der ich gerade Motoren zusammenschraube und hatte nicht genug Urlaub, da ich ja neu angefangen habe. Somit wurden mir 4 Tage abgezogen. Jetzt habe ich ein gebrochenes Gehalt und hatte noch Zusatzausgaben, da mein Handy einfach den Geist aufgegeben hat und ja einfach kaputt war nach drei Jahren und ich musste mir ein neues gebrauchtes Handy kaufen. Somit habe ich nicht nur weniger Geld bekommen, sondern noch mehr Ausgaben gehabt. Ich werde höchstwahrscheinlich die Sparrate aussetzen müssen von 300 Euro, 50 Euro in jede Aktie, sondern ich werde es machen und zwar nur 50 Euro diesen Monat. Ist leider so, aber immerhin nicht null und werde sie dann hier in den ETF, der monatlich auszahlt mit etwa 40 Euro circa pro ganzen Anteil und somit könnte ich dann einfach auch eine Steigerung haben nächsten Monat. Wir gucken uns das dann an, an alle da draußen. Wie könnt ihr mir helfen, wenn ihr mir irgendwas zusenden wollt? Ich lese gerne über Finanzen etc. Dann einfach unten an die Adresse. Wenn ihr zu viel Geld habt, einfach zu mir schicken. Meine Lebensgeschichte habt ihr in den ersten zwei Zeilen gelesen. Warum ich das mache? Warum möchte ich schnell an 300 Euro Zusatzeinkommen kommen? Und wenn ihr mir helfen wollt, Daumen hoch. Abo-Knopf nicht vergessen, dann komme ich im Ranking ein bisschen weiter. Kurze Info. Jemand sagt, ich verdiene Millionen mit YouTube. Nein, ich verdiene gar nichts. Nicht mal einen Cent ist auch nicht wichtig. Mit dem Abo-Knopf hilft ihr mir, im Ranking ein bisschen hochzukommen. Wäre super. Schreibt mir bitte wegen der BP-Rendite, was ihr drüber denkt. Bafin folgt Info, Ing-DiBa folgt Info. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was die Dividende im nächsten Monat hergibt. Ich hoffe, es gibt eine Steigerung. Ich kann es nicht genau sagen, weil jede Aktie eine andere Prozentangabe haben und es schwankt halt ein bisschen hoch und runter. Aber insgesamt geht es nach oben. Und dann freue ich mich, dass ich dann zum Ende des Jahres über 10 Euro kommen werde. Dann können wir die Korken knallen lassen mit 10 Euro. Ja, wer die alten Videos von mir kennt, wenn 30 Cent gehen, das waren in den ersten Videos so, dann gehen auch 50 Cent. Dann schafft man auch 1 Euro. Wenn man 1 Euro schafft, 5 Euro. In dem Fall schon über 7 Euro. Und dann schaffen wir die 10, 100.000, 10.000, 100.000, eine Million. Nach oben ist alles offen. Wie einer so schön gesagt hat, ich habe am selben Tag wie Warren Buffett Geburtstag. Nicht das Jahr, aber am 30. August. Vielleicht denke ich so wie er, ich bin etwas später dran mit der ersten Million, wie bei Warren Buffett. Aber er ist jetzt 88. Ich bin 38. Er hat irgendwie gefühlte 70 Milliarden auf dem Konto. Dann werde ich halt mit 88 50 Milliarden auf dem Konto haben. Auch in Ordnung. Hauptsache gesund. Alles andere ist egal. Von der Gesundheit kann man sich alles erfüllen. In diesem Sinne bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Haut die Kommentare rein, bis die Tasten glühen. Ich antworte. Jeden sollte ich mal einen vergessen. Noch mal schreiben. Aber eigentlich vergesse ich keinen. Ich schreibe jedem. Ich muss jetzt langsam ins Bett. Es ist 2 Uhr früh. Und ja, die Arbeit im Motorenwerk wartet. Wer es wissen will, ich arbeite in KTM. Motorenwerk, baue Motoren. Und das ist ja kein Geheimnis. KTM, wer es kennt, ist eine weltweit bekannte Motorradfirma. So, in diesem Sinne. Klopf, klopf. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Euer Robert. Servus. Ciao. So sagt man es hier in Österreich. Und wie sagt man es euch? Baba, auf Wiedersehen oder etc. Schreibt es mir einfach drunter. Bis dann. 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 Bis dann.